Herzlich Willkommen zum zweiten Vortrag hier im Saal. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute Pascal Fouquet begrüssen dürfen. Wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, die richtigen Folien können nicht mehr als 24 Stunden vor dem Vortrag stehen, weil dann sieht es nicht up-to-date. Er hat Amrit als Kampagne- und Projektleiter von Safe the Internet mehr oder weniger die grösste Kampagne zur Internetfreiheit mitorganisiert oder geleitet. Und da sind eben auch noch etliche Last-Minute-Änderungen mit hinzubekommen. Ich übergebe das Wort mit Freude an Pascal. Ja, Dankeschön. Ich freue mich, dass der Vortrag hier auf reges Interesse stößt. Es ist ein brandaktuelles Thema. Ich bin Kampagne- und Projektleiter von Safe the Internet. Da geht es im EU-Höberrecht darum, um Änderung. Das ist deshalb gerade brandaktuell. Wir konnten unsere Petition, die die größte europäische ist und eine der allergrößten Petitionen weltweit, wir haben jetzt ganz knapp 5 Millionen Unterschriften, durften wir letzten Montag der deutschen Bundesregierung, respektive genauer Katharina Barley, der Bundesjustizministerin, übergeben. Und die Folien habe ich wirklich gerade erst fertig gemacht, weil ich in 15 bis 16 Stundentage habe momentan. Es dürften Rechtschreibfehler drauf sein, tut mir jetzt schon leid. Gut, also worum geht es? Das EU-Höberrecht selber, das ist die letzte Richtlinie, die verabschiedet wurde, stammt aus dem Jahr 2001. Da besteht jetzt ein bisschen Handlungsbedarf, das sehen wir ein. Damals gab es so Plattformen wie YouTube etc. noch nicht. Und somit konnten solche Dinge auch noch nicht in diesen Gesetzgeberprozess reingenommen werden. Wir von Safe the Internet selber sagen auch, Urheber, ich bin selber auch so semi-professioneller Fotograf, Leute sollen davon leben können. Die sollen eine entsprechend angemessene Vergütung erhalten. Das Problem ist jetzt aber bei dieser Direktive, die im EU-Parlament umgesetzt werden soll, das ist so ziemlich der Worst Case, wie man das machen kann. In der Stakeholder-Analyse, da ging es eigentlich nur darum, dass die großen Medienkonzerne und Rechteverwerter ihre Bedürfnisse eingespielt haben. Die Techies, sage ich jetzt mal, die Tech-Unternehmen, wir, die wurden nicht groß gefragt und der Bürger, der wurde dann erst recht gar nicht gefragt. Dann kurz möchte ich unsere Kampagne in einem ersten Teil vorstellen. Also wir sind wirklich eine Bürgerbewegung von ganz unten. Wir haben uns spontan im Internet zusammengefunden, sage ich mal. Wir sind über 500 Leute, aktive Helfer, wahrscheinlich dürften es jetzt locker über 1000 sein. Auf jeden Fall, wenn man die Leute auf der Straße dazu nimmt. In dem aktiven Orga-Team sind wir etwa 20 Leute bis 30 Leute, die die Führungsfunktion übernehmen. Und sonst, die ganzen Leute, die ihnen zuarbeiten, sind über 100 Leute. Das Ganze findet komplett im Internet statt. Wir haben fast keine Real-Life-Meetings. Es wird koordiniert und bringt natürlich auch die entsprechenden Probleme. Und ich nenne es gerne so einen richtig schön unkoordinierten Sauhau. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, das muss man sagen. Also ich arbeite seit einem Dreivierteljahr für lau. Und ich bin froh, dass mir Reisekosten übernommen werden oder mal eine Hotelübernachtung. Und wir sind auch komplett Crowdfunding finanziert. Deswegen sind wir ehrenamtlich. Wer was spenden möchte, ich meine es gleich werben. Weil wir haben echt kaum Werte. Wir haben knapp über 10.000 Euro Budget für eine Kampagne, die hingegen wert von mehreren Millionen hat. Muss man sagen. Also wir haben selber sicher von unseren Leuten, haben wir hunderttausende Stunden, Arbeitsstunden da schon investiert. Jetzt kann man es hochrechnen, was wir da allein schon drin haben. Dann, diese Urheberrechtsdirektive, besteht natürlich aus verschiedenen Artikeln. Ich werde ganz schnell auf die einzelnen Punkte eingehen. Genau was ich noch sagen wollte, ich habe versucht, in diesem Vortrag ein bisschen für Leute, die sich noch gar nicht damit aufeinandergesetzt haben, die Breite zu zeigen. Und gleichzeitig auch noch manchmal punktuell in die Tief zu gehen, dass sich die Leute, die sich ein bisschen auskennen, nicht langweilen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Deswegen spreche ich aber relativ schnell. Gut. Für wen hilft die Richtlinie? Primär für Content-Sharing-Provider. Da sind konkret mal YouTube zum Beispiel gemeint, Facebook. Und dann werden auch gleichzeitig noch in diesem Artikel 2 Ausnahmen definiert. Da muss man so ein bisschen sagen, das ist so das Lex Wikipedia, weil die haben recht früh gemerkt, Wikipedia schießt gegen uns, weil die es eher uncool finden. Weil Wikipedia wäre tot eigentlich. Deswegen machen wir schnell eine Ausnahme rein, dann ist Wikimedia leise. Hat nicht ganz funktioniert, weil Wikipedia gesagt hat, hier ist ja schön, dass wir draußen sind, wir finden es trotzdem noch scheiße. Gut. Artikel 3, Data Mining. Da wird eine Rechteinschränkung kommen, und zwar soll Data Mining nur noch für Forschungseinrichtungen für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung stehen. Auf die Konsequenz davon werde ich dann nachher bei den Problemen eingehen. Dann kommen wir zum ersten richtig üblen Artikel, das ist das sogenannte Leistungsschutzrecht. Darum geht es, dass Presseerzeugnisse im Internet entsprechend vergütet werden sollen, Zeitungsartikel etc. Als Details muss man da sagen, das Blöde ist, es geht hier nicht um den kompletten Text, sondern es soll tatsächlich sein, dass auf drei Wörtern eine Schöpfungshöhe da sein soll. Das heißt, wenn es dumm läuft, irgendein Zitat mit drei Wörtern ist lizenzpflichtig. Man kann sich es kaum vorstellen, dass jemand auf diese Schnapsidee kommt. Das ist im deutschen Leistungsschutzrecht, was 2012, glaube ich, auf die Agenda gekommen ist, wurde das in Detailverhandlungen so geplant. Und ich habe das auch vom VG Wort, das ist der größte Rechteverwerter in Deutschland, ich werde das vom Geschäftsführer letzten September mal bestätigen lassen, so, ja, auf Europa kommen wir auch wieder so drei Wörter, ist dann so die Hausnummer. Dann kommt das Argument, ich liebe, wir sind Papst, ich liebe es etc. kommt dann so rein, aber das muss man sich vor Augen halten. Dann so diese Snippets, die im Internet so unter Nachrichtenartikel kommen, die sollen dann natürlich auch lizenzpflichtig sein. Dann sagen sie immer, Link-Text existiert nicht, also es wurde immer argumentiert, dass die Verlinkung selber, der Text von dem Link nicht lizenzpflichtig sein soll, diesen Link zu setzen. Das Blöde ist aber, viele Nachrichtenseiten gehen zum Beispiel hin und nehmen den Titel ihrer Publikation, nehmen sie als kompletten Link. Und dann wäre es wieder drin, wenn es druck war. Und da muss ich einfach sagen, so, hey, wenn ich einen Link sehe, oder klicken soll, dann will ich sehen, genau, wo der hinführt. So, ne, Sicherheit, Phishing und man kennt es jetzt ein bisschen. Und das Problem ist auch, keine Ausnahmen sind dafür vorgesehen. Also auch kleine Blogger oder so sollen das entsprechend dann abführen müssen. Ist ja kurz auf durchlauflich Leistungsschutzrecht gewesen, was daran, dann nochmal konkret, umkuliert, Konsequenzen kommen schnell. Dann kommen wir zu diesem großen Artikel 13, wo auch diese Upload-Filter drin sind. Das heißt, Inhaltserkennung, was wird hier gerade geteilt, das soll dann letztlich auf Bilder, auf Videos angewendet werden. Gehen wir mal kurz eben jetzt ein bisschen so rein, für die Leute, die sich schon damit auseinandergesetzt haben. Im Artikel, im Absatz 1 ist da so der erste Sprengsatz drin. Und zwar, bisher hatten wir ja die Regelung, dass derjenige, der das hochlädt, der ist verantwortlich, er muss ein Häkchen machen, ja, ich habe das Urheberrechtliche, ich habe die Lizenzen dafür, da ist die Sache gut. Jetzt gehen Sie aber hin und sagen, die Plattformen sind dafür verantwortlich. Das ist so ein bisschen, wie wenn man sagt, die Post wäre eben dafür verantwortlich, wenn eine Briefbomberichtigung gesteckt wird. Das ist ungefähr die Hausnummer, einfach, ich kenne diese Analogie wahrscheinlich schon aus anderen Diskussionen. Also es ist wieder die gleiche Hausnummer. Der Infrastrukturanbieter, der soll dafür haftbar gemacht werden. Aber dann auch nicht so ganz, kann ich jetzt leider nicht ins Detail gehen, aber der ganze Artikel 13 ist von der Ausformulierung. Auch wenn man Uploadfilter sogar cool findet, das hat er extrem handwerkliche Menge. Dann gehen wir auf den Absatz 2. Wenn ich jetzt was hochlade und ich bin nur so ein kleiner YouTuber oder so, dann falle ich unter diese direkte Pflicht der Plattform, sofern ich eben nicht kommerziell agiere. Und keine nennenswerte Einnahmemacher. Das ist so ein bisschen, wo man schon sagt, super, total schwammig, das wird ein Spaß für die Juristen sein, was sind nicht signifikante Einnahmen, sind es 100 Franken, 500 Franken im Monat, na dann schon mal viel Spaß. Aber das Üble ist dann, dass dann direkt auch der kleine YouTuber, sag ich mal, in die Haftung genommen wird. Und wie denn die Haftung genommen wird, da komme ich dann gleich später dazu. Und dazu muss man auch noch sagen, die großen YouTuber, die müssen momentan eh schon Lizenzen abschließen. Aber die generieren sie gar nicht mehr. Die kleinen erwischen es dabei. Dann, wenn keine Genehmigung erteilt wurde, dann sollen die großen Provider halt verantwortlich sein, dass keine unlizenzierte öffentliche Wiedergabe durch ist, und da sind halt einfach letztlich die Upload-Filter auch drin in diesem Absatz 4. Kommen wir da drauf, weil die Pflichten, die hier definiert werden, die Plattformen und auch letztlich die kleinen YouTuber, die müssen alle Anstrengungen unternommen haben, eine Genehmigung eingeholt zu haben. Das müssen Sie nachweisen, wie diese aussehen soll. Das wird komplett offen gelassen. Also wenn man es wirklich ganz hart auslegt, dann muss man wirklich alles untereinander haben. Es steht wirklich so mehr oder weniger drin. Die Pflichten sind dann gleichzeitig auch noch, die Plattformen, die müssen Lizenzen finden. Alle potenziellen Inhalte abschließen. Da komme ich nachher noch drauf, was das heißt. Das klingt ja erstmal gut. Und dann müssen wir auch alles unternehmen, wenn die Genehmigung bekannt ist, dass es nicht mehr hochgeladen werden darf. Und das ist dann ganz konkret der Upload-Filter. Da sagen auch immer so die Befürworter, von dieser Direktive. Ja, Upload-Filter steht da gar nicht drin. Da stehen Methoden drin zur Inhaltserkennung. Und das ist so ein bisschen so wie, bringe eine Waschmaschine von Zürich nach Bern. Das kannst du zu Fuß machen, oder man kann es halt auch mit dem Auto machen. Das Auto wäre jetzt der Upload-Filter. Oder bewege dich von Zürich nach New York in 8 Stunden. Da kann man auch sagen, man wird nicht verpflichtet, ein Flugzeug zu nehmen. Das ist etwa so ungefähr. Die technische Umsetzung wird einfach nur über Upload-Filter funktionieren können. Und dann muss man auch sagen, steht drin, wenn die Plattformen Kenntnis haben, dann muss man es löschen. Das ist aber der aktuelle Stand. Notice and Take Down. Das ist das, was wir bisher kennen. Dann gibt es noch ein paar Ausnahmen. Und zwar Plattformen, die jünger als drei Jahre sind. Die sind ausgenommen. Das heißt aber, wenn du halt drei Jahre alt bist, dann musst du eine entsprechend gute Geschäftsidee gehabt haben, das entsprechend gewachsen sein, was du dir das leisten kannst, diesen Upload-Filter. Dann gut unter 10 Millionen. Und du darfst im Monat nicht mehr als 5 Millionen Nutzer erreichen. Der Gag ist aber der, eine dieser Anforderungen muss erfüllt sein, wenn du dich erwischst. Das ist nicht nur alle drei. Ganz wichtig. Dann kommen wir zu den Problemen. Urheberrecht wird gerne zur Informationskontrolle eingesetzt. Und Jörg hat mir gerade im Zug das aktuellste Beispiel gebracht. Vor einer Woche wurde für das E-Voting der Source-Code veröffentlicht auf GitHub. Und letzte Nacht kam ein E-Takedown-Request. Und das ist jetzt aufgrund von Urheberrechts wurde das einfach rausgehauen. Also es ist nicht mehr verfügbar. Es gibt natürlich Kopien, welche, mit dem Internet. Aber eben, es ist Informationskontrolle. Es ist nicht genehm, dass die Leute den Source-Code vom E-Voting in der Schweiz angucken können. Da würde ich dann gleich auch noch den Talk von Jörg empfehlen, der dann nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingeht. Dann haben wir das Problem bei Artikel 3 mit dem Data-Mining. Das Privatunternehmen, das ist ja auf der einen Seite immer so ganz gut, wenn ich mir das Geschäftsmodell von 1&1 zum Beispiel angucke, also Gmx, die tun natürlich die ganzen E-Mails analysieren etc. und tun ja da Werbung und so weiter draus machen. Das Problem ist aber, dass zum Beispiel in der KI-Forschung muss man natürlich auch Data-Mining machen und diese Geschäftszweige würden man da komplett aus Europa verbannen, mehr oder weniger. Die würden abwarten. Dann natürlich in Artikel 11 bin ich schon auf die Schöpfungshöhe eingegangen. Drei Wörter, ich habe es erklärt. Dann das Problem ist, das habe ich vorher angekündigt, es müssen Lizenzen mit allen Menschen auf diesem Planeten abgeschlossen werden, weil da drin steht, für alle potenziellen Inhalte, die urheberrechtlich geschützt sind. Und es ist einfach so, wenn ich jetzt ein Foto von euch mache, dann habe ich in den meisten Ländern schon eine Schöpfungshöhe erreicht, dass das urheberrechtlich geschützt bin. Ich bin direkt schon mal damit ein Urheber. Und eh, man muss eigentlich jeden Menschen fragen, so einen Generalvertrag abschließen. Da sage ich mal nur, viel Spaß. Und das Ganze zerstört dann letztlich auch das Internet, wie wir es kennen, weil das Internet, konnte eigentlich nur so entstehen, wie wir das heutzutage kennen, das Web 2.0, über dieses Safe Harbor Abkommen. Dass eben der Nutzer verantwortlich ist, und nicht die Plattform. Dadurch ist das Web 2.0 etc. entstanden. Und diese Grundlage wird da komplett genommen. Also es hat wirklich so richtig viel Sprengkraft, das Ding. Und dann noch, Moment, ich drücke. Und dann noch ist der Punkt auch der, ich habe vorher gesagt, ihr seid älter als drei Jahre, dann erwischt es euch. Das heißt, wenn ihr eine kleine Webseite habt, wo ein Forum drauf ist, und ihr habt Werbung geschalten, die halt nur für die Serverkosten zu decken da sind, dann müsst ihr Upload-Filter einsetzen. Viel Spaß. Und dann sind die Upload-Filter selber, die sind fehlerhaft. Also es gibt so ein Content-ID-System von YouTube, das kennt man, das ist leider wirklich fehlerhaft, nachweislich. Upload-Filter können keine Satire erkennen, also es wird immer so gesagt, ja, künstliche Intelligenz und so, das kann das dann sicher. Naja, sollen sie mal künstliche Intelligenz entwickeln, die halt Humor entwickelt, sonst kann die halt keine Satire erkennen. Das wäre schon mal hier das große Problem. Dann gibt es natürlich auch das Overblocking, eben diese Filter sind fehlerhaft. Und da muss ich einfach sagen, man hat ein Einspruchsverfahren vorgesehen, aber das ist dann ein schön langer Prozess und irgendwann hat man auch halt keinen Bock mehr auf dieses Ganze. Und dann gehen wir mal hin, noch so ein Hinweis, diese Plattformen werden definiert, dass der Hauptzweck dieser Plattform ist, urheberrechtlich geschütztes Material zu tauschen. Und jetzt gucke ich mir mal das Geschäftsmodell an von Facebook. Das ist ein Use-Case von Facebook, dass man das vielleicht kann. Das ist der Use-Case von Facebook. Das ist unbestraftbar. Aber es ist der Hauptzweck von Facebook, dass man da urheberrechtlich geschütztes Material teilt. Wird ein Juristen vielleicht sich darüber freuen, über diese Formel. Okay, gehen wir mal zur Glaskurie. Was wird passieren? Das Leistungsschutzrecht. Google wird hingehen, da geht es hauptsächlich um Google News und sagt einfach, gut, ich verlinke euch einfach nicht mehr. Und tschüss. Das gab es schon mal eben 2012, das Leistungsschutzrecht in Deutschland. Traffic auf den Nachrichtenportalen ist einfach mal um 50% eingebrochen und die Haupteinnahmequelle von den Nachrichtenportalen, die Werbung, war ein bisschen doof, die Idee. Deswegen haben sie ganz schnell ein Gratislizenz bekommen. Ich denke, es wird auch wieder passieren. Des Weiteren, die Abrechnung soll pro Klick laufen. Also auf gut Deutsch, die EU-Urheberrechtsreform wurde durchgewunken. Was dann passierte, wird dich schockieren. Diesen Journalismus werden wir fördern. Und nicht Qualitätsjournalismus, der eigentlich gefördert werden sollte. Und dann noch zum Leistungsschutzrecht selber. So die Leute, die hier gerne mal ein Startup hochziehen. Macht eins, wo Textformulieren vollautomatisiert gemacht werden. Könnt ihr Geld verdienen. Dann zu den Upload-Filtern. Wird es auch ein Geschäftsmodell gehen. Ihr habt dir jetzt so die Sachen vorgeworfen. Könnt ihr gleich die Investoren einsammeln. Es wird Upload-Filter as a Service gehen. Weil Google, naja, die sagen, wir haben das so mehr oder weniger. Und dann verkaufen wir das mal hier in 10er im Monat. Und dann habt ihr 1000 Checks auf eurer Webseite. Oder halt, ihr braucht 10.000 Checks. Ja gut, der kostet halt 60 Euro. So wird das. So was wird wahrscheinlich kommen. Und des Weiteren denke ich auch, dass wir dezentralisierte, kryptografisch abgesicherte Plattformen bekommen werden. Wir haben die Datenleitungen, die dick genug sind. Wir haben den Speicherplatz. Der kostet auch nichts mehr. Und dann wird es halt ein bisschen sportlich, auf verschlüsselte Daten einen Upload-Filter laufen zu lassen. Und gleichzeitig wird sich auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ändern. Und zwar, wenn ich zum dritten Mal so einen Takedown gekriegt habe, da habe ich auch keinen Bock mehr, da einen Einspruch zu machen. Und auch, die Leute werden sich vorab zensieren, weil nicht mehr, wer mit wem nur protokolliert wird, sondern auch, wer war es. Wenn ich zum dritten Mal so ein Thema was Kritisches gepostet habe, dann kann man ableiten, ah, der tickt so ein bisschen, der denkt das doch wirklich. Gut. Muss ich ganz schnell machen. Nein, ich überspringe es, weil ich habe keine Zeit mehr. Tut mir leid. Kurz noch zu unserer Kampagne. Der Startschuss war am 12. Juni. Wir waren mehrfach im Europaparlament. Wir haben am 5. Juni einen Zwischensieg errungen. Da sollte es nämlich erst mal durchgewunken werden. Wir haben mit unserer Petition nachweislich, wurde uns auch von vielen Leuten gesagt, Politikern und so weiter, wir haben die in die Medien reingetragen. Deswegen, ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, in 20 Minuten war das auch im Juni mal da, haben wir das geschafft, dass so einen großen Fuchs aus der Öffentlichkeit auf dieses Thema gebracht wurde, dass die Parlamentarier das tatsächlich erst mal abgesägt haben, dass sie noch mal Detailberatungen machen können zu dem Ganzen. Dann haben wir im September mal verloren. Und ja, momentan haben wir halt, ich habe es um 13.06. nachgeguckt, 4.800, 4,8 Millionen Unterzeichner, sekündlich steigend. Jetzt gibt es ein kleines Video, und ich hoffe, der Ton funktioniert. Nein, der Ton funktioniert nicht. Das ist schon. Ton? Okay, ich lasse es ablaufen. Schade. Das ist die Abstimmung am 5. Juli gewesen, wo es abgelehnt wurde. Okay, machen wir das so. Die Jungs wollen gucken. Gehen wir mal kurz noch auf die übergeordnete Dimension ein. Vielleicht kann ich das Video ganz am Ende noch mal zum Laufen bringen. Die übergeordnete Dimension ist einfach, dass hier milliardenschwere Konzerne gegeneinander kämpfen. Auf der einen Seite Verlage wie Bertelsmann oder Axel Springer oder auch zum Beispiel die Musikrechteverwerter. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, steht Google mit YouTube. Und das Problem ist einfach, der normale Bürger wie wir, bleiben dann wirklich so außen vor. Der Bürger bleibt außen vor. Und dann hat das Ganze noch mal eine wichtige politische Dimension bekommen, weil Angela Merkel hat sich da vor zwei Wochen auch eingemischt in diesen Verhandlungsprozess, der im Trilog stattgefunden hat. Und da ist es noch interessant zu wissen, Freundinnen von Angela Merkels sind die Smohen, der gehört Bertelsmann und Friede Springer, Axel Springer-Verdag. Sie hat sich da eingemischt und hat da maßgeblich dafür gesorgt, dass diese Direktive noch mal durchgedrückt wird. Und da sieht man, Merkel hat in Deutschland ein Machtwort gesprochen. Deutschland ist eine der größten Länder in Europa, hat natürlich damit den auf EU-Ebene am meisten zu sagen. Doch, ich spiele es mal schnell. Die Zeit wird eh knapp. Die Kampagne gegen uns, wir haben Flörwürf bekommen natürlich, dass wir alle Bots sind. Das war super geil. Ach, da war. Ich kann sie leider Details nicht für mich sagen. Es war zu lustig, was da bei mir gekommen ist. Da haben wir sie eine Kampagne, die von Google finanziert ist. Es wäre mal echt cool, wenn ich meinen Tagessatz Google abrechnen könnte. Da haben wir sie instrumentalisierte Kinder. War auch sehr geil. Dann, vor einer Woche, das war der Abschluss, die EU-Kommission, also die Regierung, in Anführungszeichen, von der EU, hat uns, also die ganzen Bedenkenträger, als Mob bezeichnet. Und wir haben in Berlin mein Finanzamt bekommen. Weil wir Spenden einsammeln. Aber wir wussten zum Glück schon, dass wir das ruhig machen können. Dann, wie geht es weiter? Wir haben europaweite Demos geplant. Das sind jetzt schon über 25 angemeldet. Der Demo-Tag ist am 23. März. Hab ich vergessen hinzuspannen, glaube ich. Nee, kommt jetzt. Demo in Zürich nehme ich auch. Gestern, nee, vorgestern, mehr hat es angemeldet. Vorgestern. Angemeldet. Das wird stattfinden. Der Ort ist noch nicht ganz klar, weil es Bauarbeiten am Helleweziakplatz gibt. Und das Thema ist auch sehr relevant für die Schweiz, weil in der aktuellen Reform des Urheberrechtsgesetzes sollen auch die Upload-Filter drin sein. Deswegen hier steht hier 39D. Könnt ihr euch merken, nachlesen. Es kommt auch in der Schweiz. Und dann gibt es Ende März, Anfang April die Endabstimmung. Deswegen haben wir auch dann diese Demos gelegt. Um nochmal kurz auf die Demos einzugehen, die können richtig groß werden. Wir haben ganz große YouTuber dabei, die die Leute aufrufen. Wir werden wahrscheinlich auch Gewerkschaften haben, die dazu aufrufen. Also wir reden hier in manchen Städten sicher von Leuten im Zehntausender-Bereich, die da kommen werden. Und gerade jetzt läuft auch eine Demo, die zweite Demo in Köln. Wenn jemand gucken will, kann er uns auch schnell stecken, wie viele Leute da gerade hingegangen sind. Dann noch schnell ein bisschen Funfacts, so ein Vortrag soll ja auch ein bisschen lustig sein. Wir haben ganz am Anfang, das Video haben wir jetzt nicht gesehen, wir haben so eine Flyerkette gemacht. Und da hat einer gratis drucken können in Hamburg. Und da haben wir ja innerhalb von, keine Ahnung, sechs Stunden wurden Leute organisiert, die quer durch Deutschland diese Flyer transportieren. Da wurden Autos, Übergaben gemacht. Eine eine war so bei Frankfurt, nachts um vier Uhr. Und dann haben wir aus dem einen Auto, hat uns das andere Auto rüber gemacht. Und dann kam so plötzlich, hm, Polizei? Wir haben ja gedacht, da ist vielleicht eine Drogenübergabe, haben wir aufgenommen oder so. Und dann, das Bild haben wir jetzt leider auch nicht gesehen, aber wir haben auch im Video. Wir haben bei der Übergabe, jetzt bei der Bundesjustizministerin, haben wir sich an einen Koalitionsvertrag erinnert. Weil da steht schön drin, Koalitionsvertrag in Deutschland, SPD, CDU und CSU, Uploadfilter werden als unverhältnismäßig abgelehnt. Das ist so ein richtig geiler Funfact. Merkel juckt es nicht und viele andere Politiker auch nicht. Und wir haben sie so ein bisschen überrumpelt. Wir sind da zu ihr hingegangen, haben dieses offizielle Pressebild gemacht, so 4,7 Millionen Menschen fordern. Und dann haben wir gesagt, ah, wir hätten noch eine Bitte, könnte man doch ein Bild mit dem Koalitionsvertrag machen. Haben das Riesenschild geholt. Und ich habe schon so rüber geguckt, da habe ich den Pressereferenten gesehen. Und er so, und Katharina Barley so ja und der so, oh, ich gehe weg. Und man sieht es auch auf den Videoaufnahmen, wie so, oh, ihr habt es wohl bestimmt geplant. Katharina Barley, paar Sekunden später, hat noch gemeint, ach Kinder, das hätte man mir sagen können. Und man sieht auch in diesem Video, wie sie merkt, was mache ich hier gerade. Und dann noch ein kleiner unabhängiger Funfact, aber jetzt auch aktuell, Tegel, da habe ich ja wieder den Dings gesehen. Beim ersten Rückführer aus Berlin, habe ich mir auch gedacht, so diese Nacktscanner am Flughafen, diese Dingskontrolle, nee, da habe ich auch keine Lust zu. Ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, aber ich habe nur gehört, eben, du kriegst volle Breitseite ab, ja, dann machen wir das volle Programm, Sprengstoffteste, etc., etc. Und das habe ich da auch abgekriegt. Und dann kurz, eben ist das der Untergang des Internets, eben, ich habe es gesagt, das Web 2.0 konnte nur wegen dem Self-Haber so kommen, so entstehen, wie es ist, da basteln wir richtig rum und eben diese Überwachung, nicht mehr wer mit wem, sondern wer was, das wird so eine Selbstzensur bei vielen Leuten führen, auch bei mir zum Beispiel. Gut, und dann muss ich sagen, wir waren in dem Moment, das war ein purer Zufall, dass wir erstens entstanden sind, zweitens ein paar pure Zufälle, dass wir in die Radar haben gehen können mit unserer Kampagne, dass wir da plötzlich diese hunderttausend Unterschriften gesammelt haben. Und ich weiß, hier sind einige Leute politisch aktiv und ich muss sagen, das nächste Mal werden wir nicht da sein, da wird wahrscheinlich wieder keiner dastehen, der so einen Bockmist verhindert. Deswegen möchte ich meinen Aufruf an euch, ich weiß, es ist nervig, politische Arbeit, ich mag es auch nicht, ich mag es auch nicht, aber werdet aktiv, sowas muss eigentlich im viel früheren Stadium verhindert werden, weil so eine Last-Mitted-Aktion, die klappt wirklich nur ganz selten. Werdet aktiv. Und deswegen die Frage auch beantwortet, ja, das Internet wird sich ändern, jetzt habe ich da auch schnell den Links. Können wir, ja. In der Zwischenzeit vielleicht eine Frage, falls wir da noch eine Frage haben. Ich möchte eine Ergänzung anbringen. Es ist mir wichtig, dass wir hier alle, die hier sind, wissen, dass es tatsächlich so ist, wie es vorher angekündigt worden ist. Jetzt in der Schweiz ist etwas ziemlich Schlimmes passiert, also die jetzige Urheberrechtsrevision, wie sie angedacht war, war schon schlimm genug, mit dem Lichtbildschutz, der drin war, und ein paar andere Dinge. Aber am 12. Februar hat die Ständerattin, Géraldine Zabari, zwei Vorlagen, zwei Gesetzestexte in den Ständerat, in die Kommission der Wirtschaft, Bildung und Kultur, geracht. Und diese beiden Vorlagen wurden durchgewunken, und die sind Leistungsschutzrecht, sehen das vor, zwar schlimmer, als es in der EU-Richtlinie vorgesehen ist. Es ist zusätzlich noch eine Vergütungspflicht vorgesehen, die nicht veräusserbar ist. Also das heisst, auch die ganze Kreativ-Kommings-Idee wird infrage gestellt und ist in Gefahr. Es wird extrem wichtig sein, dass wir hier jetzt uns auch aufrichten und mitmachen bei diesen Aktivitäten, weil es ziemlich schlimm aussieht. Und am 12. März wird das im Ständerat diskutiert werden. Dann ist die Frage, ob der ganze Ständerat was so weit benimmt. Und danach geht es dann in die Differenz, beziehungsweise geht es dann wieder zurück in den Nationalrat, in die RK. Und ich denke wirklich, es ist wichtig, dass uns bewusst ist, es geht jetzt um die Wurst. Vorher der Lichtbildschutz war schon schlimm, aber wenn es jetzt zusammen mit dem, was jetzt drinsteht, durchkommt, dann ist es eine Katastrophe. Und leider sind die Journalistinnen und Journalisten, die hier organisiert sind, für diese Lösung. Und das ist ein grosses Problem auch beim Umschauen. Und um Kämpfen regnen. Okay. Dann versuchen wir das nochmal mit dem Video. und dann ist leider... Mehr als 5000 Leute sind gerade in Köln. Mehr als 5000 Leute. Super. Okay. Lass uns im Hintergrund laufen. Genau. Es kommen noch ein paar schöne Bilder. Das ist halt... Ja, genau. Hier kurz die Flyer verteilen. Na, es geht nicht. Hier die ganze Flyer-Aktion. Also da wurden... Wir haben innerhalb von wenigen Tagen haben wir ja nie... Zehntausende Flyer. Geben wir es in Bots. Da haben wir gesagt, da schreiben wir halt Briefe. Da haben wir mehrere tausend Briefe an die EU-Parlamentarier geschickt. Das sind noch so die ganzen Kommentare, die wir bekommen haben. Ja, es ist dann ziemlich durchgestartet. Irgendwann hat sich ja Google nochmal eingemischt im November. Dann haben wir nochmal ein paar Millionen gekriegt dazu, muss man sagen. Obwohl Google da ein bisschen Mist erzählt hat. Catherine Styler hält eine Brandrede. Für uns ist Julia Weder, die Piratin im Parlament. Das war gerade noch Martin Sonnebrand von der Titanic. Findet ihr übrigens auch cool. Das ist Axel Voss. Das ist derjenige, der das für die CDU durchdrücken will. Haben wir ihn konfrontiert. Der war eher weniger amused. Da haben wir die ersten Demos dann noch gemacht. Und dann die zweiten Demos. Hier, Jimmy Wales unterstützt uns. Übrigens auch Tim Berners-Lee findet die im Direktiv schlecht. Vincent Surft genauso. Das sind jetzt so ein paar MEPs, die uns... Wycliffe Sean von den Fugees. Also da muss man einfach sagen, das ist auch ein Künstler. Hier ist der Discord, wo wir uns organisieren. Das ist noch ein altes Video. Am Sonntagabend haben wir ein Video gemacht, wo knapp 1000 Leute oder so im Voice drin waren. Vielleicht sogar 2000. Ich habe sie nicht durchgezählt. Und eben, wir geben halt mit Vollgas. Wir haben es jetzt wirklich in der Hand, dass wir gegebenenfalls... Ich habe noch eine Frage. Ich habe es vorhin gesagt, dass die Gewerkschaften auch an einem Thema gegen das Urheberrecht interessiert sind. Und soweit ich weiß, die Partei der Gewerkschaften, die SD, ziemlich auf dem Holzweg, ab dem Urheberrecht, also befürwortet, den ist, der da vorgeliefert wird. Beziehe ich mich auf... ...ein Stimmungswandel stattgefunden, indem ich nichts weiß. Oder wie ist das so? Nee, also ich beziehe mich hier auf Deutschland. Also wir haben mit dem Jusos Kontakt aufgenommen dort und die haben gesagt, die wollen die Gewerkschaften angehen, dass sie mit aufrufen. Aber es ist schon noch so, dass Weri zum Beispiel auch sich positioniert hat für das Ganze, für die Autoren, aber auf der anderen Seite zum Beispiel nochmal so als Hausnummer der Internationale Journalistenverband. Nach Organisation hat sich inzwischen auch gegen diese Direktive ausgesprochen, weil es ja einfach Mist ist. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Insbesondere da in zwölf Minuten die... Nein, 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 wir haben ja jetzt neine Stunde Zeit. Ah, wir haben ja Zeit. Also wir halten es jetzt nur vom Mittagessen ab. Wer noch zwei, drei Minuten vom Mittagessen abgehalten werden möchte, Das scheint hier die Mehrheit zu sein. Dann machen wir doch vielleicht noch ein, zwei Fragen. Ich gucke auch weg. Und die anderen dürfen flüchten. Okay, also ich möchte gerne einfach noch ein Statement aufsagen bei den Argumenten gegen die Upload-Filter. Ich finde, die technische Verunmöglichung von Handlungen, die gegen das Gesetz verstoßen, wie auch das Copyright-Schutz oder so, die technische Verunmöglichung ist eine ganz andere Flughöhe, als wenn man nachher ein Verhalten bestraft. Es nimmt den Individuen die Möglichkeit zu entscheiden, doch, ich möchte ein Gesetz brechen und lebe mit den Konsequenzen. Und eventuell hat die Person ja auch Rechtfertigungsgründe, die dann nachher gar nicht mehr geltend gemacht werden können, weil es einfach technisch verunmöglich wurde. Deswegen finde ich, Upload-Filter sind eigentlich im Kern, haben etwas mit einer totalitären Gesellschaft zu machen. Deswegen habe ich Informationskontrolle auch da reingenommen. Das ist leider ein Instrument dafür. Da könnte man gleich anschließen, was mir natürlich fehlt in der Direktive, auch im Schweizer Urheberrecht, ist, dass die Leute, die fälschlicherweise einen Rechteanspruch geltend machen und Kommunikation filtern, nicht bestraft werden. Also es wäre das Mindeste, dass jemand, der politische Zensur ausübt, indem er dafür sorgt, dass gewisse Inhalte nicht hochgeladen werden können, bestraft wird, wenn es nicht wahr ist, dass er wirklich rechte Inhaber ist. Zum anderen möchte ich sagen, wir sollten schauen, dass wir mit Save the Internet zusammenarbeiten. Momentan wäre auch so fällig bei uns, ganz viele Briefe an die Ständeräter schreiben. Ehren und Maßnahmen, die freuen sich, sich über Posten. Weitere Statements? Also dieses Bild, was du da hinten gemacht hast, das trifft die Sache ja ganz eindeutig. Ich verstehe nicht, wieso es dazu gekommen ist. Jetzt eine Frage, habt ihr im Nachgang nach dieser Wir positionieren uns so von Regierungsseite und der Abstimmung hinterher etwas gehört, was ist die offizielle Begründung, warum man sich gegen den Koalitionsvertrag hier explizit positioniert? Also Angela Merkel hat gesagt, dass die Rechnungspflichten aus der analogen Welt auch in der digitalen Welt gelten müssen. Und da hat Julia Reda auch einen netten Kommentar abgefasst so, aha, die Post muss vorab zentrieren. Das ist so das Offizielle, wie sich dazu geäußert hat. Inoffiziell kann man es eigentlich ziemlich deutlich sagen, Axel Springer hat in Deutschland das Leistungsschutzrecht Nummer 1 durchgedrückt und auch massiv da lobbyiert. Also Döpfner war zum Beispiel mit einer Delegation im September im Europaparlament vor Ort und es gibt so ein paar Zeitungsartikel, die das aufgreifen, auch recht klar sagen, aber sonst wurde es uns von einigen MEPs, also Parlamentariern im Europaparlament, gesagt, Axel Springer ist da dahinter. Also ich muss sagen, es sind die großen Rechteverwerter und die Medienkonzerne, die das haben wollen. Das war vielleicht noch ein bisschen an deiner Frage vorbei. Die offizielle Begründung, ja eben, die armen Urheber, die werden immer vorgeschickt, die armen Urheber, die müssen ja davon leben, aber es wurden einige Punkte nochmal gestrichen, die denen eigentlich wirklich geholfen haben. Deswegen ging es auch nur im September durch. Das ist jetzt wieder raus, Axel Voss hat das gemacht und jetzt profitieren dann wirklich nur die rechte Verwerter, muss man sagen. Und der kleine Journalist, der Fotografer oder Filmer, ist eigentlich raus. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, die Upload-Filter sind ja vor allem auch eine Forderung der Unterhaltungsindustrie. Und interessanterweise ist es ja so, dass das ursprünglich, oder eigentlich hauptsächlich ja von den Unterhaltungskonzernen aus den USA gesteuert wird. Normalerweise hört die EU sich nicht unbedingt an, was die USA unbedingt will, aber die Unterhaltungsindustrie hat das eben sehr gut gelöst. Sie haben die, also der grösste Musik, Unterhaltungskonzern, die Universal Music Group, die zwar in den Staaten sitzt, zum Beispiel in der Staat, der an der Börse kodiert ist, gehört der französischen Diakon. Also wir haben dadurch erreicht, dass Frankreich, also ein Land, welches halt für Staatskapitalismus und Zentralismus bekannt ist, grundsätzlich auf der Seite der amerikanischen Unterhaltungsindustrie ist, weil sie die Besitzer sind des grössten Musikkonzerns. Und es war ja auch so, dass der Macron sich bei der Merkel ja eingesetzt hat, um eben diese Upload-Filter-Ausgaben aus der Direktive herauszubringen. So, ein bisschen andere Flughöhe, oder andere, ich fühle mich zu wenig aus in den ganzen Themen hier. Ich höre nur immer, man ist dagegen, man ist dagegen. Gibt es Aktivitäten, wie es denn sein soll? Also es ist einfach zu sagen, man ist dagegen, aber mit einem richtigen Vorschlag zu kommen, wäre dann schon vielleicht auch was, um in die Diskussion einzubringen. Vollkommen richtig. Ein Satz dazu. Momentan geht es uns natürlich darum, dass wir das Ding kippen, weil es in der Form ist, also wirklich... Genau, ja. Nur zu sagen, das ist von unserer Kampagne das ist auch das gute Recht. Aber Lösungsvorschläge zum Beispiel, Leistungsschutzrecht. Habt ihr vielleicht mitbekommen, vor einer Woche oder so, hat Apple gesagt, sie wollen Netflix für Nachrichten machen. Also ich persönlich fände ein zentrales Login, wo du irgendwie 20 Stutz, sagen wir auch 30 Stutz im Monat zahlst, und dafür wirklich auf alle Presseerzeugnisse auch Online-Zugriff hast. Also ich meine, Grenzkosten für ein Presseerzeugnis, was du im Internet wirst, ist ja gegen Null. Sowas zum Beispiel, dann sieht man es auch total, kann es auch direkt per Klick sehen, was wurde wie oft gelesen, Thema erledigt. Die Monetarisierung wäre so möglich. Bei Musik und so weiter, sowas wie eine Kultur-Flatrate, die halt auch noch ein paar weitere Dinge nur berücksichtigt. Das wäre auch eine Maßnahme, wie man das umsetzen könnte. Es gäbe bessere. Also das ist wirklich so ziemlich der Worst-Case, wie man es umsetzen kann. Und Axel Voss sagt auch, nee, die haben nie was gesagt. Wir haben Screenshots von LinkedIn und von WhatsApp, wie wir ihm Sachen geschickt haben. Er hat uns Termine auch nicht gemacht, die er uns versprochen hat. Ich habe noch eine Antwort auf deine Frage. Warum ist ein Werk einfach geschützt und der Benutzer weiß gar nicht, ob es geschützt ist oder nicht? Er muss grundsätzlich mal davon ausgehen, dass es geschützt ist, man kann nichts damit machen. Warum, wie man nicht den Urheberin die Pflichten zagt, wenn du willst, dass es geschützt ist, dann sage ich es, eine Plattform einrichten, wo er die Werke hochlädt oder was auch immer, wo man kontrollieren kann, als Benutzer, ist das Werk geschützt oder nicht, dann eine Antwort erhält, es ist nicht geschützt, man kann machen, was man will. Das lässt zum Urheberrecht und den nationalen Freibahnen nicht zu, aber in diese Richtung müsste die Lösung gehen. Einfach ansicht nach. Also du meinst eine Plattform, wo ich zum Beispiel ein Bild selber hochladen kann, dann sagt es mir, okay, ist die Werberecht geschützt oder nicht und dann gehe ich auf eine andere Plattform, wo ich es eigentlich hochladen will. Das wäre ja kein Bild in der Form. Ich kriege ein Info hier oder nein. Wir haben das heutzutage, Google, spezifisch YouTube macht das ja. Wir haben tatsächlich diese Content-ID-Geschichte und das funktioniert halt eben, also nur wieder beim Thema Fair Use, das funktioniert halt nicht sauber. Im Gesetz ist es ja nicht vorgesehen, dass man, dass die Urheber, das ist ein Produkt. Im Gesetz ist es nicht vorgesehen, aber er meinte, in der unabhängigen Instanz, dass eben die Filter selber nicht da sein müssen, weil bei YouTube sind es Filter, die am Laufenden. Eigentlich könnte es die EU finanzieren, oder? Ja, solche schönen Content-ID sponsoriert bei EU, Open Source, wäre doch eigentlich mal ein schönes Projekt, ja. Das Urheberrecht zieht nicht vor, dass die Autos und diese Plattform auch fütten müssen, wenn sie sich nicht fütten, dass sie dann da kein Urheberrecht gibt, machen können. Ja, aber was willst du denn verantwortlich machen? Das ist dann im Grunde ein Grunde, ein Grunde im Urheberrecht und das ist weltweit so eine Konvention, das war in der Schweiz ausgearbeitet worden, die ist eigentlich schon falsch. noch ein wichtiger Punkt zu dem Ganzen, es wird auch so sein, wenn ihr einen Livestream macht, ja, und da jetzt zum Beispiel ein Foto im Hintergrund ist, weg damit, das sollte vom Upload-Filter erwischt werden, das wäre vor der Regelung vorgesehen. Also wirklich komplett realitätsfern. Okay, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, realitätsfern. Und eben, ich wollte euch nur noch zwei oder drei Minuten vom Mittagessen abhalten, ich habe es jetzt zwölf Minuten gemacht, ich schäme mich sehr dafür, aber freue mich, dass die Diskussion so, ja, emotional und aber auch eben mit Inhalten geführt wurde. Der nächste Termin ist um drei im nächsten Vortrag. Genießt das Mittagessen, genießt den Nachmittag, genießt die schöne Zeit draußen. Applaus 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 Applaus